hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen wieder youtubers live eins und da ist was erledigt gewesen geworden wie auch immer ja wo war ich denn das letzte mal stehen geblieben zum event gehen ok da bin ich stehen geblieben zwei wochen ist es her seit der letzten aufnahme und es wird mal wieder zeit ein bisschen erkältet ist der eik und ja wollen wir mal gucken hier ja für 79 dollar ja komm mach mal so die 100.000 abonnenten haben auch geknackt jetzt muss man die 500.000 knacken ja es wird es geht viral ja nice wir werden aber die party wieder verlassen dann auf dieses ganze gedöns habe ich ehrlich gesagt kein bock ich bin nicht mal im real life party mensch also muss nicht sein würde ich sagen das war irgendwas zwischen gaming video das haben wir bekommen jetzt müssen wir mal erstmal das gameplay natürlich so hab man die konsole so lila was lilanes aber hier äh orange oder lila du bist ja an deinem Level aufgestiegen machen wir das da scheiße naja egal ähm dunkel haben wir hier aber minus 2 nein nein machen wir das da oh ähm scheiße ähm ich brauche unbedingt neue Karten das ist doch nicht mehr lustig hier mit den Dinger dann soll ich da wieder was ver- hä warum hab ich da was verloren ich kriege nur ein Minus ja geht nicht anders ich muss das nehmen oh man oh man das ist scheiße gerade wo machen wir das da ähm nix lilanes machen wir das da da haben wir da wenigstens noch 3 Punkte söhchen söhchen wow naja komm wir schneiden noch schneides Video ähm so 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 äh so und so 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 rennen akzeptieren so geh mal schlafen und danach gehst du was voran und darauf trinke ich erstmal ein Stück Kaffee ja dann mach doch guck dir doch an was du angucken möchtest mhm 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 lol der Hotdog macht den ja hier rand full welchen erster Eindruck ist naja irgendwas äh äh aber dann ja anzocken mach mal yeah neues Game-Video dann nehmen wir nämlich gleich das was wir hier bekommen haben ach haben wir schon ähm 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 ich brauche neue Spiele ich brauche einfach neue Spiele das kann ja nicht wahr sein äh nein hier bei Amazing One äh 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 das 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 so aufrüsten können wir ja glaube ich nix mehr oder? wir haben alles jo jo wir haben das beste vom besten sehr nice ich bin total verrotzt aber nichtsdestotrotz ich nehme trotzdem auf soo das geht schon wieder dort an die Konsole okay soo soo dann grün und dunkel wäre ideal haben wir aber alles nicht deswegen nehmen wir das da braun und nila haben wir beides nicht da würde ich das da nehmen damit wir hier wenigstens ein bisschen vorankommen ok kein braun doch da haben wir einmal braun ähm dann machen wir den da ok ich habe ein achievement bekommen ich brauche neue Karten ich habe irgendwie immer das gleiche hier ähhhh das da das Spiel hängt sich auf ähm das Spiel hängt sich auf ähm ja das Spiel hängt sich auf ähm Minus 3 wäre ich hier machen wir den da ok kein nila ist das auf jeden Fall Nehmen wir das da. Dann haben wir bis auf das Reliner eigentlich alles im Übermaß voll. Das gefällt mir. Und ich weiß immer noch nicht, was das da bedeutet. So. So. Genau. Ich müsste rein theoretisch jetzt das hier nehmen. Tüte. Und Tüte. So, so. So. Orange. Dunkel. Dunkel habe ich aber nicht mehr. Deswegen machen wir das so und so. Und so. Das will alles nicht. Hochladen. Nein, danke. Heute keine Party. Ich muss schon wieder schlafen. Was ist hier los? Ich wollte gerade das machen mit dem ersten Eindruck. Und ich habe es nicht bekommen. Das ist doch beschiss. Ich habe es. Äh. Jo, da gab es Money. Äh. Äh. Wir lernen mal das. Bereits so was? Wird so langsam. Nebenbei macht man natürlich wieder das hier. Ist klar. Nachricht. Machen wir mal das da. Und natürlich einfach schnell voll auf. So jetzt machen wir wieder den da. So. Ein neuer Kurs. Mittel, Mittel, Mittel. Basis. Wie sieht in der Zeit mein Kanal aus? Abonnentenlohn hat es von 60.000. Aufruf 2,8 Millionen. Ich bin immer noch. Rang 51. Warum auch immer. Oh mein Gott. Das tut mir leid. Warnung. Gut. Keine Warnung. Ah ja. Okay. Wenn das im real life nur so einfach wäre mit YouTube. Wenn das im real life nur so einfach wäre. Ich mag die ruhige chillige Musik im Hintergrund. Die ist voll nice. Oh yeah. Bist du bald mal fertig mit Lernen? Dann. Ähm. 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 Ah. Ha. Hallo. Ah jetzt. So. Dann. Kommentieren wir deine Kommentare. Das ist ganz wichtig. Und dann. Was machen wir dann? Was machen wir dann? Was möchte die denn schon wieder? Zocken. Schlafen. Dann würde ich sagen wir nehmen das nächste Video auf. Ähm. Ah. Wir nehmen. Nein. Hier fiel ein Preview auf. Ich wollte noch nach Karten gucken. Scheiße. Scheiße. Kommt vor. So. Da haben wir das Grüne schon mal komplett voll. Ähm. Dunkel. Wir machen. Ähm. Pappadapappappappapp. Wir machen. Das da. Nix duplis. Wir machen das da. Aber was grünes wäre geil. Machen wir das hier. Lila und Orangenschwere. Das haben wir dann sogar hier. Machen wir das doch einfach mal. Das ist überall ein extra Punkt. Schön schön. Das da. Ich würde jetzt tatsächlich einmal das hier nehmen. Aber das hier. Haben wir noch ein paar Karten zur Auswahl. Ich habe nur Kritik für sowas. Hä? Ach komm. Wir machen das hier. Und das hier. Da haben wir alles voll. Genau. So. So machen wir das. Monatliche Kosten sind abgegangen. Okay. Das muss ganz zum Schluss kommen. Auf jeden Fall. Dunkel habe ich nicht. Die zwei zum Schluss. Okay. Dann machen wir das. 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 Und das. 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 Rendern. Akzeptieren. Okay. 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 Komm. Scheiß. Wir gehen zum Event. Ich brauche die XP. Okay. Oh. Wenn ich komischerweise. Kein Level mehr aufsteige. Ähm. Pipp. Nachricht. Nachricht. Läuft. 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 So. Es möchte die Karate-Freundin von uns. Ja. Ähm. Bla, bla, bla. Bla, bla. Bla, bla. Ja. Sonst kann ich hier. Ach ja. Das nervt. Kann man das hier nicht irgendwie anders drehen? LOL. Man kann. Nach wie viel Folgen habe ich herausgefunden, dass man mit Kuh und E jetzt drehen kann? Alter, ist das nicht mehr normal. Hier, komm. Zurück nach Hause. Wir sind müde und haben Hunger. Alter. Hier, komm. Erst mal einen Hotdog. Dann gehst du eine Runde schlafen und dann wird wieder gelernt. Würde ich sagen. Äh, ja. Genau, Karten. Ähm, hier. Das ist das hier. Und da hab ich... 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 Äh. Mit Level 16... Wie werd ich denn höher? Ich hab das Maximallevel irgendwie erreicht. Ich versteh das nicht. Hier. Lern. Ich komm hier nicht höher. Ich weiß nicht warum. Und hier ist noch viel zu viel Platz. Da müssen noch mehr Konsolen hin. Geht nicht anders. Sorry. Ich muss einen Schluck Kaffee trinken, ne? Das muss einfach sein. Sonst... Übersteh ich den Tag nicht. Wie viel dauert noch unten? 43. Aber 1,5 K nach oben. So. Haben wir noch einen Kurs, der auf Basis... oder Anfang ist? Nein? Okay. Ähm... Wir machen... Alter, 3 Tage dauern die alle. Willst du mich verarschen, ne? Ich weiß es nicht. Äh... Ich weiß nicht, wie ich hier vom Level her höher werde. Ich weiß es einfach nicht. So. Gameplay aufnehmen. Aber wie es mit dem Gameplay weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Der Daumen nach oben ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt. Nächster Tag und... Bye, bye. Bye.